Und damit herzlich willkommen zurück zu Tod für Barclay oder Lord Barclay oder was auch immer. Ich glaube, da sollten wir jetzt mal drauf hinarbeiten. Haltet euch mal ein bisschen ab. Wir brauchen vor allem viele Bogenschützen. Bogenschützen, Bogenschützen, Bogenschützen. Die ganzen Trägern bleibt mir nicht allzu glücklich werden. Wir müssen vor allem schießen. Schießen, 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 schießen. Dahingeschießen, schießen. Von daher, Bogenproduktion erhöhen. Dann haben wir hier noch was rein, wisst ihr was? Dann habe ich auch eine Verwendung für unsere Ecke hier. Da haben wir einfach noch weitere Bogenproduktion rein. Wir werden jetzt einfach ein reiner Bogenstaat. Wir machen uns tatsächlich einen auf die Engländer, so Blangbogen-Spam, was das Zeug hält. Können wir tatsächlich hier noch ein paar Sachen reinmachen. Da haben wir unsere Gebäude, die wir noch brauchten zum Füllen, ne? Ja, geht doch. So, ich glaube, wenn das jetzt erstmal nicht reicht, um eine ordentliche Langenbogenproduktion zu... Ah, ich wollte schon sagen, können wir uns doch kaufen. Nee, können wir nicht. So. Ja, Barclay zu killen... Wir müssen erstmal zu ihm rein. Das allergrößte Problem wird ja sein, bei dem, was hier steht, was hier kommt alles... Ach, wie... Lass mal die Ländereien einnehmen, vor allem wie... Das ist alles andere als leicht. Ich glaube, wir haben ja noch ein gewaltiges Battle vor uns. Das ist nicht so leicht gemacht. Wir müssen ja neben Barclay töten, neun Ländereien halten. Dennoch würde ich mich bald gerne mal durchkämpfen und Barclay relativ schnell ausschalten. Ansonsten wird's schwierig. Das heißt, wir holen das jetzt mal... Wir brauchen eigentlich schon richtig ordentlichen Trupp. Wir können ja leider auch keine Defensive aufbauen. Hier könnte man wenigstens eine Baumeistergild oder sonst irgendwas machen. Hätten wir zumindest... ...ne Art Außenposten. Ich merke, wie das Spiel jetzt schon langsam... ...FPS verliert. Weil... ...ja... ...so viel auf der Karte los ist. Ich meine, die Gegner spawnen von hier und von da. Von den Straßen. Ich könnte mich auch hinstellen und einfach beide Dinger bekämpfen. Aber... ...gegen so viel Gepanzerte und schweres Zeug wird das eklig. Komm, versuchen wir mal vorzurücken mit dem, was wir haben. Ich möchte mich um Barclay kümmern. Solange es noch möglich ist. Gut, ich meine, mit dem Truppenspam kann man immer irgendwie gegenhalten, aber... ...langfristig werden wir Probleme bekommen. Auch mit vielen Bogenschützen. Wir möchten zumindest Armbrust schützen, um da gegenspammen zu können. Eure treuen Bogenschützen. Waffen benötigt Shire. Unsere Bögen werden singend. Bogenschützen in Bewegung. Okay. Vorwärts. Vorwärts. Immer rückwärts. Nimmer. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans Nimmermehr. Wer auch immer diese komische Hans Nimmermehr ist. Wieso nennt man sich so? Wer heißt Hans Nimmermehr? Was ist das für ein Nachname? Ganz ehrlich, Hans Nimmermehr wäre so ein cooler Name eigentlich, einfach um den Spruch kaputt zu machen. Für unseren Herrn. Warte, ich lerne alles, was Hänschen nicht lernt. Bogenschützen. Vorbereit. Das ist das Lebensmotto. Waffen benötigt Shire. Unsere Truppen werden angeklärt. Ja, so langsam vorkämpfen zu dem werten Herrn Barclay. Ansonsten wird es nämlich schwierig, dann später irgendwann im Endgame durchzukommen. Es sei denn natürlich, es sei denn natürlich, wir bekämpfen tatsächlich irgendwie die Punkte. Auf die Plätzchen, Männer. So, Weihnachtsfeier, ne? Auf die Plätzchen. Los. Holt sie euch. Solange sie noch weiß und knusprig sind. Unsere Sehnen sind gewachst. Na, seh, hallo. Danke, Doppeltrieg auswählen und so. Hallo, Ein-Mann-Armee. Leg dich mal bitte mit nem vollgerüsteten Schwertkämpfer aus. Dankeschön. Prost. An. Hallo, Ritte. Tschüss, Ritte. Massenspam geht das auch. Für unseren Herrn. Bogenschützen. Bereit machen. Dün, 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 dün. Waffen benötigt Scheier. Wir bewegen uns. Wir sind eure Leute. Ich bin verwirrt. Ha, hör mir auf mit deiner Verwirrtheit. Ziehen los. Wenn ich mir diese Typen anhören will, dann bin ich selbst immer verwirrt wie sonst was. Wir sind an die Ausbildung. Wir sind zusammenbleiben. Unsere Truppen werden angegriffen. Deswegen wahrscheinlich auch hier Mehrzahl. Wir sind verwirrt. Wir alle. Vor allem diejenigen, die mir zuhören müssen. Dankeschön. Kollektive Verwirrtheit. Es gibt eine... Ach, das Ding gehört jetzt mir. Lanzen vorwärts. Rein halten. Okay. Bogenschützen in Bewegung. Die Männer sind guter Dinge. Bogenschützen unterwegs. Die Frage ist, ob der Gegner die überhaupt rechtzeitig zündet. Ich meine, ich muss dann... Der hat ja überhaupt nichts an der militärischen Defensive. Bogenschützen vorbereiten. Können wir da... Sieht okay aus. Augen auf, Männer. Ziehen los. Oh, fuck. Oh, Schwein gehabt. Hier können wir uns erstmal aufstellen. So. Verstärkung dazu holen, bitte. Oh, nö. Das ist das Problem. Wir werden wahrscheinlich zu häufig abgeschnitten. Von daher müssen die das jetzt... Ah. Ähm. Danke. Wirklich. Bogenschützen in Bewegung. Da kann ich nicht hin sein. Okay, es ist natürlich schön, dass hier schon alles aktiviert wird. Im Notfall tun es auch drei bis vier Bogenschützen. Augen auf, Männer. Ziehen los. Gut. Unsere Bögen sind ungeduldig. Auf die Plätze, Männer. In Bewegung. Waffen benötigt, Shire. Wir bewegen uns. Irgendwie schwankt das Spiel hier und darf eine Lautstärken. Bogenschützen in Bewegung. Nein, nein, nein. Da sind guter Dinge. Nein. Bogenschützen unterwegs. Aber stehen noch welche. Es stehen noch welche. Das ist gut, das kann man noch essen. Ziehen los. Jetzt sind ja auch noch Hunde. Unsere Bögen sind ungeduldig. Das Volk geht vor die Runde. Ihr wisst Bescheid. Woran liegt es am Holz? Ne. Ist die Bogenproduktion wirklich so gering? Ich habe doch lieber die Lanzenträger vorgeschickt, ne? Bin ich aber schon fast da. Da fehlt nicht mehr viel. Gut, Waffen fehlen auch noch wahrscheinlich. Eure treuen Bogenschützen. In Bewegung. Wir bewegen uns. Los Problemos de Hundos. Äh, doch nichts mehr. Unsere Bögen werden singen. Okay, das geht. Das geht, das geht, das geht. Bogenschützen in Bewegung. Vielleicht ein Spaß hier noch. Wir sind bereit. Unsere Träger werden angegriffen. Die Männer sind guter Dinge. Hallo? Uh. Bogenschützen unterwegs. Mist. Augen auf, Männer. Seid ihr die einzigen, die angekommen sind? Bogenschützen vorbereiten. Oh, hier sind Steinkippe. Ziehen los. Nein. Muss das jetzt sein? Lauf auf die Welle. Rauf auf die Blutze, Männer. Ihr seid alles Penors. Waffen benötigt, Sire. In Bewegung. Hm. Wir bewegen uns. Super. Ja, Sire. Gehen in Stellung. Für unseren Herrn. Ziehen los. Alles wird gut, Männer. Unsere Sehnen sind gewachst. Gebt uns nur ein Ziel. Bogenschützen in Bewegung. Hm. Ich bin sehr verwirrt. Wirklich. Freut mich. Euer Zeichen, Sire? Die Männer sind guter Dinge. So heißt er wahrscheinlich. Vorname sehr, Nachname verwirrt. Und da er erst vor kurzem diese Identität angenommen hat, wahrscheinlich im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms oder so, sagt er auch, jetzt bin ich verwirrt. Vorher war ich's nicht. Wir sind eure Leute. Einfach durch, einfach durch. Das könnte jetzt ne Menge sein, wenn die oben ankommt. Sollte das reichen. Waffen benötigt, Sire. Waffen benötigt, Sire. Waffen benötigt, Sire. Ähm, eins, zwei... Komm, machen wir mal Ländereinsicht. Nein, du bist nicht die Ländereinsicht. Und uh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber ich glaube, hier kommen wir ungeschoren durch. Auch ohne Schafe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und neun davon brauchen wir. Alter. Ich brauche überall mindestens 100 Bogenschützen. Zum Glück gibt's hier kein Truppenlimit. Äh, eine Problematik ist noch Statue. Das passt da nicht hin, mein Loh. Statt einer Uhr brauchen wir eine Statue. Oh, jetzt kriegen wir mal höhere Statuen. Wie's aussieht. Hauptsache die Fallen resetten sich nicht. Nee, tun sie nicht gut. Oh fuck. Oh, der Glieder weg. Och du lieber Gott, war das knapp. Ja, aktiviert ruhig die ganzen Fallen hier. Das soll mir noch recht sein. Ich muss da bloß durch, um Barclay zu holen. Ich bekomme dich zu holen, Barclay. Pfff. Pfff. Warte mal, bis das Feuer Schaus ist. Äh, aus? Schaus. Ich wünschte, ich könnte irgendetwas... Ob das so klug ist, da jetzt nicht hinzugucken, das könnte ich in irgendeinem Blick wieder resetten. Rekruten benötigt, Scheuer. Jetzt bin ich verwirrt. Halt einfach die Waffel, ey. Was ist hier los? Dauerverworter zu starrn, das ist nicht zu fassen. Eure treuen Bogenschützen. Augen auf, Männer. Ja, danke. Unsere Bögen werden singen. Wir sind bereit. Pflanzenträger. Vorwärts. Schaut euch mal die Steinkippe an, bitte. Danke, war sehr freundlich von euch. Jetzt würde ich gerne hier hoch. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Ich denke mal, von hier kann ich ihn erschießen. Alles andere ist nicht verhandelbar. Unsere Sehnen sind gewachst. Gebt uns nur ein Ziel. Da steht er einfach da mit seinem Hämmerchen. Und kriegt wieder alles ins Knie. Irgendwo den Oberschenkel. Euer Zeichen, Sire. Oh Gott. Sich hier alles zurückzuholen. Oh Gott, nein. Waffen benötigt. Ihr wollt mich doch verarschen. Wie soll ich mir das denn holen? Gut, es gibt gewisse Punkte, die werden hier gar nicht zurückerobert, wie es scheint. Aber dennoch ist es eklig. Okay, ich sehe schon. Wir treffen nur von dort aus. Da pushen wir das. Wir müssen sich das langsamer dran machen, irgendwie die Länder reinzuholen. Das könnte noch eine lustige Schlacht werden. Aber gut, ich bin da froh, wenn ich schon erstmal das erste Ziel erreicht habe und Barclay umgeholzt habe. Da kommt mittlerweile echt was an. Dafür habe ich extra den Weg länger gemacht, ne? Dennoch wird es schwierig, vor allem weil die Instant hochkommen. Ich brauche mehr Schützen da oben. Und wir brauchen einen Sammelpunkt. Für Bogenschützen. Und für Lanzenträger. Und für Lanzenträger, habe ich gesagt. Danke. Schönen wir hin, dass die FPS... Die Knie gehen. Knie gehen. Knie gehen. Äh. Moment mal. Äh. War das Ziel nicht... Jetzt bin ich verwirrt. Wir sollten doch auch... Eine Anzahl von Ländereien kontrollieren. Neun Stück. Oder ist es nieder... Niederlagebedingungen? Ne, neun Stück hatte der Gegner ja. Äh. Gut, dann möchte ich mich da jetzt nicht beschweren. Dann hat es funktioniert. Irgendwie. Gut. Ganz ehrlich, hätte ich das gewusst, dann hätte ich auch ordentlich angegriffen. Aber ich dachte, ich habe jetzt noch so eine riesen Schlacht zu schlagen. Aber gut, dann haben wir es geschafft. Und so... Hm. Jetzt einfach zu sagen, zu laden. Wir machen die Schlacht trotzdem. Das letzte Mal ist jetzt schon viel zu lange her. Da waren wir gerade am Anfang des Aufbaus. Anderthalb Stunde. Ne. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich an der Stelle tatsächlich fürs Zusehen. Das war tot für Lord Barclay. Frag mich, ob das jetzt ein Bug ist. Oder ob es gewollt ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zur Falkenrettung.